Es sieht sehr lustig aus, wenn der Schnee da schaut. Hammer! Es scheint direkt die Sonne darauf, ob das Blech natürlich heiß wird, aber dann fällt da dieser Dampf so runter. Man sieht auch schön, wie sich der Wind bewegt, der bläst sich gleichmäßig, denn mal ist der Dampf unten, mal ist er oben. Es ist wie gesagt kein Schnee, es ist tatsächlich Dampf. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schöner wie ein Weihnachtsbaum